Hallo meine Freunde, ich bin Emily. Ich wollte euch meinen Garten zeigen, von meinen Nachbarn und mir. Benni ist mein Nachbar. Und jetzt zeige ich euch mal. So, ich bin bereit. Hier haben wir so Pflanzen, Pflanzen, das ist eine Trichterichkeit. Hier ist unser Geräteschuppen, also Schuppen so. Hier ist von unserem Freund, hier das Haus. Da ist unsere Dusche von uns. Hier holen wir mal so Holz und alles und alles. Dann hinten ist hier unser Garten, also hier ein Garten von Benni. Hier machen wir manchmal Suppe und so, machen die da drüben. Und hier ist so Rutsche und alles von meinem Bruder. Und wir schaukeln. Manche sind von mir und manche sind von meinem Bruder. Hier hinten sind unsere Nachbarn. Hier haben wir ein Tor. Da hinten ist ein Kompost. Hier ist die Terrasche. Hier essen wir manchmal. Hier ist unser Haus. Hier guckt mein Bruder. Hier gerade Toro. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Hallo. Da hinten ist unser, also da hinten ist unser Klo. Und unser, unser, hier ist unsere Küche. Hier ist unser Wohnzimmer. Hier ist meine Mutter, die gerade schläft. Hier ist unser Bett. Unsere Bettüche. Und hier, ihr könnt es gerade nicht sehen, ist unser Klo. Hier spricht mein Bruder. Hier ist unsere Maschine. Ich weiß nicht, was es ist. Hier ist unser, ähm, Wasserhahn. Hier ist unsere Tür. Hier ist unser Wohnzimmer. Hier war man früher, ähm, ähm, hier, ähm, hier, Pool. Aber jetzt ist der weg und hier kommt dann so ein Garten hin. Ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung. Haut rein, Leute. Tschau. 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 Vielen Dank.